Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Survival Games Heute wieder mit dem Zoot zu HD Hallo Das ist jetzt die gefühlt 7.000. Aufnahme Keine hat geklappt Junge lasst mich laufen Gut ich hab zwei Chests Guck schon, die gehört mir Ein Holzschwert Junge ich hab zwei Chests bekommen Ich hab eine Chests Oh nein die gehört mir Oh Steinschwert Alles Pissas Alles Pissas Hat sie oben noch eine Chests Ja gut Super Komm gib sie mir Hallo Steinschwert Immer noch besser als Holz Komm hast du schon einen Bogen? Nee Ich hab das Eisenschwert Also ich war noch Ich bin innocent Ich hab Junge hilf mir Wo bist du? Ja irgend so ein Alter ein Ein Pixi Nee nee ein Detektiv wollte mich umbringen Ah feide ich fliege einfach mal runter Einmal könnte ich die mit dem Eisenschwert töten Hast du auch ein Eisenschwert? Junge das bin ich Ich weiss Oh du bist jetzt Du warst jetzt Äh nicht nicht innocent Ich bin innocent Den müssen wir töten Ja Der war Traitor Ja auch Wo ist der Tester? Gut ich geh den Tester wie ihr wollt Ja Pissass Gut du bist da auch drinnen oder? Warte wer haut sich da die ganze Zeit? Ja ich mach drinnen Ja die hauen sich mit den Büchern Wo haben die Bücher? Das frage ich mich eben auch Hier ist ein Schreck Junge Was? Ich hab nur noch 4 Leben Weil ich von einem Teil getroffen wurde Beschütze Was soll dieser Müll? Komm wen wollen wir töten? Töten wir einfach mal Random Nee 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 Doch alter ist der Kram Ich bin für dich Und der ist nicht der hat der uns Ja wirklich Keine Ahnung Ähm er hat sicher einen Tester Ja Ja Ich hoffe es Gut Wenn er ist Töten wir ihn Ja wenn die Lampen leuchten Natürlich Gut das nicht Verschießt doch diesen Pfeil nicht Alter der kannst du wieder einsammeln Ja aber du kannst ja auch äh einfach rüberscrollen Das geht viel einfacher Alter Jetzt gibt es noch einen Oder Ja aber wo ist der? Junge ich seh den nicht Dort hinten Wo? Der ist Der ist Der ist Hundertprozentig Ja Nee Alter Junge Ist schlimm Einer lebt noch weil einer ist Detective Ja genau Genau Und der war übrigens Innocent Wartest mich Hier oben ist einer Warte Dort oben Dort oben Dort oben Dort oben Hilf mir Ja Das ist Das ist Darksman Was? Hier hinten ist übrigens auch eine Ender chest gewesen Junge Junge Und versteck Wie viel Klammer hast du? Also komm dort hinten Nach hinten Und jetzt ist ein Eisenschwert Nee nee das ist auch schon weg Was? Das Eisenschwert Aha Oder? Ja ist weg Oh der ist sehen Oh nein das ist unser Kollege oder? Aber ich hab das Gefühl das ist ein Traitor Nein die Lampen haben ja nicht geblinkt Also sind nicht aufgelöst Bist du dir sicher? Töten wir ihn Ja komm Voll drauf Wart wo ist der? Siehst du ihn? Nein Der wartet dich in deine Ecke Ja Irgendwo Junge wo ist sein Name Tag? Das Ja dort vorne Junge Junge Du bist nicht gekommen Nee dort ist ein anderer Töten wir den? Ja Logisch Oh der kommt Gut Was? Es lebt doch Einer Der war ein Traitor Warte Junge Wä? Wo ist der? Komm hier hoch Komm hier hoch Ich seh nicht mehr Komm hoch Komm Junge Alter wo gehst du hin? Ich hab hier ein Eisenschwert Ja Ja ok Ja ok Ich hab hier hoch Ote Komm hoch Wo ist der? Hoch komm jetzt einfach Junge he Brauchst du noch Pfeiler? Eine Runde Alter kommen Es H das ist der nicht der Stern Ok Warte siehst du es ein Name Tag? Irgendwo also das war auf jeden Fall ein Träger dort ist er Scheiße mein Kind wo er steckt sich der kommt hinten rum der kommt hinten rum steckt sich in deiner Säule Junge Warte, nein, der täte mich Warte, hä? Oh, hier ist ein anderer das war ein anderer der hat gedacht, wir sind Traitor Alter warum hat er auf uns geschossen? wir haben einen Traitor der dachte, wir sind Traitor ja, aber nein, hey oh, er hat gewonnen also, gib die ab gut, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder so, wir sind jetzt hier in der nächsten Runde ja immer noch mit dem Zut zu HD ja immer noch ähm ähm Trouble in Mineville nein, doch die Map heißt der Kanal okay mal schauen letzte Runde war ja eher nicht zu erfolgreich wobei ich habe einen Traitor getötet ich auch Junge überall hat es Chests, nur ich bekomme keinen im Ernst Alter ja hast du eine Chester? nein, du bist so dran warte scheiße, nein kommt noch keine Chester ich habe auch keine oh, Leute äh das sind noch unten hinten ist eine ja ich habe gewonnen nein und hier ist noch eine was, lass mir auch noch, aufs zwei Schwerter ja, warte puh das ist ein Stein für genau, hier hinten ist noch eine haha, fein und boben hier unten ist keine was ist der Tester? keine Ahnung warte, schauen wir mal ich bin schon wieder innocent oh Junge, wo ist der Tester? oh, das kam im Haus drinnen wirklich? ja und wo? die Traitor ja, die Traitor u um nicht alle töten waren beide Traitor alter was? es waren beide Traitor schon ja, wo bist du? äh, wie da oben hier brauchst du ein Steinschwert? nein, ich habe das ich habe das aufgesammelt Gigi nein, das war nicht beide Traitor ja Ja, und wo ist der Tester? Könnt ihr mir das sagen? Es steht nämlich Julos, ähm, ich habe 20 Gramm verdorben für das Töten eines, äh, Innocent. Ah, hier hinten ist der Tester gefunden. Nein! Schlagen die wieder random Leute? Junge! Alter! Alter! Ja, schütte mich nicht! Pisse! Gut, jetzt bin ich drinne! Ich will auch hier rein! Mal pisse! Irgendwo werden hier Leute geschlagen. Oh, te! Pisse! Da darf mich nicht schlagen. Komm, den töten wir. Komm schon, ich habe schon zwei Leute diese Runde getötet. Warte, der schlägt mich nicht. Ja, töte ihn doch! Was kommt? Warte! Junge! Gut! Das ist ja weggehe. Alter! Jetzt will ich mal... Dann drück mal auf den Knopf. Ab ich. Minion! Minion! so ist die Tüten hier nicht komisch drauf die Runde ist vorbei doch hat sich trüben Jörner und der Taukens Jürgen nur 100 aber gut ja du hast das Kunde trinken wenn euch diese Gepo die sich gefolgt wenn er diese Folge gefallen hat lassen muss ich will die Tülle Junge wenn euch diese Folge gefallen hat lasst eine positive Werbung hier und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder macht es gut bis dann ciao